Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, dein Alexos, und ich möchte dir heute zeigen, wie du als Vampir nicht ganz so aufgeschmissen durch die Welt läufst. Denn, seien wir doch mal ehrlich, wenn man in einer höheren Vampirstufe ist, dann sieht der Charakter doch wohl wirklich nicht mehr schön aus. Außer man ist ein großer Vampir-Fan oder ein Rollenspieler bzw. ein Erpehler. Dann kann ich das noch gut nachvollziehen, denn es passt natürlich zur Rolle des Vampirs, dass er so aussieht, wie er aussieht. Ja, und wie sieht ein Vampir eigentlich aus? Das zeige ich euch natürlich auch gleich nochmal ganz kurz in CLS Online. Denn er hat blutunterlaufende Adern, die man überall sehen kann, und ich möchte euch das Ganze hier ein bisschen visuell darstellen. Man kann die Vampir-Erscheinung allerdings auch verbergen, und darum soll es heute hier in diesem Video gehen. Um euch das Ganze zu zeigen, springen wir auch mal direkt ins Spiel, würde ich sagen. Denn, da steht mein hübscher Vampir schon rum, der ist jetzt gerade aktuell Vampir-Stufe 1. Können euch durchs Beißen lassen von anderen Spielern zum Vampir machen lassen. Es gibt bestimmte NPCs, die zu bestimmten Uhrzeiten da sind, die euch auch zum Vampir machen lassen können. Die euch auch zum Vampir machen können, so besser formuliert. Und ihr habt die Möglichkeit, das Ganze über den Kronen-Shop zu tun. Davon würde ich euch aber dringend abraten, das ist nämlich große Geldverschwendung. Denn die meisten Spieler beißen euch kostenlos. Okay, alles klar. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wie sieht denn der Vampir so aus, wenn er in seiner Stufe steigt? Das möchte ich euch gerne einmal zeigen. Und dazu habe ich mir hier die verderbende, blutige Mara geholt. Denn mit der können wir unsere Vampir-Stufe steigern. Das ist jetzt hier beispielsweise Vampir-Stufe 2. Und wir sehen, wie stark sich die Haut verändert. Er wird sehr, sehr blass. Seine Augen sind hier, wie gesagt, blutunterlaufen. Und das wird noch schlimmer, desto höher wir in der Stufe steigen. Jetzt sieht man es hier auch an den Beinen sehr gut. So ein leichter Überblende-Effekt auch schon fast, weil er so weiß ist. Jetzt gehen wir auf die letzte Stufe. Also, so sieht er aus, unser Freund der Vampir. Ziemlich, ziemlich grässlich, meines Erachtens. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das nicht schön anzuschauen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, das Ganze zu verbergen. Und zwar könnt ihr das Ganze mit Erscheinungen, beziehungsweise den sogenannten Skins überdecken. Die blenden also dann diese blutunterlaufenden Hautskins vom Vampir aus. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Es gibt Skins, die die Haut ganz überdecken. Logisch, dass man den Vampir dann nicht mehr sieht. Und ich werde euch jetzt mal ein paar Beispiele zeigen. Also, zum Beispiel hier eine der einfacher zu erhaltenen Skins ist der vom Schlund von Lockage. Ein Raid. Der ist auch nicht super einfach zu bekommen, aber einfacher. Und der sieht, man sieht mal hier ganz klar, der überdeckt die ganze Haut. Es gibt natürlich auch Skins aus dem Kronen-Shop, ganz klar. Auch die überdecken die ganze Haut. Und hier zum Beispiel noch eine Erspielbarin aus Anstalt Sanktorium überdeckt die ganze Haut. Hier zum Beispiel nicht ganz die ganze Haut überdeckt, aber auch ein Großteil von der ganzen Haut wird überdeckt. Das sind Skins, klar, da sieht man den Vampir nicht mehr. Müssen wir nicht weiter darüber sprechen. Aber es gibt auch Skins, die nur Teile der Haut überdecken. Und den Hautton normalisieren. Das ist aktuell der Hautton mit dem Vampir. Und jetzt normalisieren wir mal diesen Hautton. Sodass mein Charakter wieder den Hautton hat, der eigentlich ausgewählt wurde im Charakter-Editor. Ich möchte euch heute drei Erscheinungen bzw. Skins an die Hand geben, die man relativ einfach bekommen kann. Relativ in Anführungsstrichen. Einen kann man relativ einfach bekommen. Die anderen beiden sind schon ziemlich schwer zu bekommen und für den Durchschnittsspieler nicht ganz so einfach zu erreichen. Aber mit ein bisschen Übung und der richtigen Gruppe geht das auf jeden Fall. Anfangen möchte ich mit den beiden, die ein bisschen schwieriger sind. Die beiden, die ein bisschen schwieriger sind, zeige ich euch jetzt gerade schon ein hier. Und zwar ist das der Schwarzmark-Nekromant. Ein Schwarzmark-Nekromant ist eine Erscheinung, ein Skin, den man aus dem DLC Dragon Bones bekommen kann. Um genau zu sein, aus dem Dungeon-Gipfel der Schuppenruferin. Problem an der Geschichte ist, man muss das sogenannte Triple Achievement machen. Das heißt also, man muss, egal ob man das in einem Run macht oder einzeln, man kann auch alles einzeln machen, man muss ohne Tode durch, ja, unter 30 Minuten, also der Speedrun, und man muss den Hard-Mode, Veteran-Hard-Mode gemacht haben. Das ist nicht einfach zu erreichen. Im Gegenteil, das ist sehr, sehr schwer. Und Gipfel der Schuppenruferin ist noch dazu ein ziemlich anspruchsvoller Dungeon. Dementsprechend ist das nicht so einfach zu erreichen. Jetzt gibt es noch einen zweiten, der etwas einfacher zu erreichen ist, denn der Dungeon, in dem man den bekommt, der ist insgesamt einfacher. Man hat aber die gleichen Restriktionen. Und zwar muss man in, das ist der Bernstein-Plasma-Skin. Den bekommt man aus dem DLC Shadow of the Hiss, um genau zu sein, aus dem Dungeon Ruinen von Mazatun. Und auch für den muss man den sogenannten, muss man das sogenannte Triple Achievement machen. Das heißt, auch wieder, entweder in einem Run oder in drei einzelnen, oder wenn ihr mehrere Anläufe braucht, mehr als drei. Einmal ohne Tode, einmal unter 30, ich glaube sogar unter 20 Minuten, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie das bei Mazatun ist. Und einmal Veteran-Hard-Mod. Mazatun ist wesentlich einfacher, da es einer der ersten DLC-Dungeons war. Das heißt also, da war der Anspruch noch ein bisschen anderer und der ist sehr nah an den Dungeons, die ihr im Grundspiel habt. Er ist trotzdem anspruchsvoller als ein normaler Grundspiel-Dungeon. Aber Veteran Mazatun-Hard-Mod ist schon nicht ohne. Muss man auf jeden Fall üben. Das Gute an den sogenannten No-Death-Runs ist, was ja am schwierigsten klingt, ohne Tode da durchzukommen, das ist auf jeden Fall das Schwierigste. Das Gute daran ist, ihr könnt ja in einem Run den Hard-Mode machen und in dem anderen ohne Hard-Mode den No-Death-Run, ohne zu sterben. Das ist eine Sache, die das ein bisschen vereinfacht, dass man das nicht alles in einem Run machen muss, sondern man kann es auch einzeln machen. Okay, jetzt möchte ich euch noch den zeigen, den man am einfachsten erhalten kann, aber auch hier ist einfach mit Vorsicht zu genießen. Und zwar Meridias Geläuterter. Diese Haut, ihr seht auch hier, normalisiert den Farbton und die bekommt ihr aus den Wrathstone-DLC, das war das mit diesen Steinen, und das Ganze kann man im Dungeon Tiefen von Malatar erhalten. Es wurde öfters kritisiert, dass man an diese Erscheinungen, an diese Skins erspielbar zu schwer rankommt. Deswegen hat Zenimax sich dazu entschieden, das in diesem Dungeon einzubauen und zwar meines Erachtens auch auf normal. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wir können das ja, ich werde das ganz kurz nochmal überprüfen, damit ihr meine Sicherheit habt, damit ihr wisst, ob man das auf normal oder auf Wett bekommt. So, ich habe für euch hier nochmal an dieser Stelle die Errungenschaft rausgesucht. Also, man muss Eroberer von Tiefen von Malatar spielen, dazu muss man das Ganze auf Veteranen abschließen. Veteranen ist aber nicht annähernd so schwer wie ohne Tode und wie der Hard-Mode. Das heißt also, das ist wesentlich einfacher. Der End-Boss verschwindet in den Tiefen von Malatar, wenn ihr den getötet habt, bei einer bestimmten Prozentszahl, in eine zweite Welt. Wenn ihr den auf Hard-Mode spielt, hat er da 50% Leben, er lädt sich sozusagen wieder auf. Das heißt, dieser Kampf in dieser zweiten Welt dauert sehr, sehr lange. Wenn ihr den aber auf Veteranen ohne Hard-Mode spielt, dann hat er nur 25% Leben. Das heißt also, er ist gleich in dem Bereich, wo man ihn mit sogenannten Execute-Fertigkeiten relativ schnell umhauen kann. Und er hat auch nicht mehr so viel Leben insgesamt. Das heißt also, das ist wesentlich einfacher zu erreichen, wenn man für diese Meridias Geläuterter, für diese Erscheinung, nur den Veteranen-Modus machen muss, nichts anderes. Wie gesagt, nur den Veteranen-Modus klingt nicht ganz richtig, denn auch der ist natürlich nicht ohne. Das ist ein Veteranen-Dungeon, klar. Der ist nicht für jeden gemacht. Man muss schon ein bisschen was drauf haben, man muss schon ein bisschen üben. Vielleicht hat man auch eine Gruppe, mit der man durch kann. Dann reicht auch ein bisschen weniger Schaden, wenn man das mit einer Gruppe öfters mal übt. Dann kommt man da auf jeden Fall durch. Ihr könnt euch natürlich auch Skins aus dem Kronen-Shop holen. Die sind aber meistens so, dass sie die gesamte Haut überdecken und nicht nur einen Teil. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie ihr euren Vampir verbergen könnt und wieder normal rumlaufen könnt. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wenn ihr noch Interesse an weiteren Informationen zu The Elder Scrolls Online habt, dann lasst doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ganz oben rechts findet ihr übrigens ein spannendes Video zu, was wir bereits über The Elder Scrolls Online im Jahr 2021 wissen. Und direkt darunter findet ihr ein Video zum Thema, was man bei den Champion-Punkten aktuell alles falsch machen kann. In diesem Sinne bis zum nächsten Video, euer Lexus. Haut rein. Tschüssi.